Moin Moin Leute, mein Name ist Tobias Horkel. Ich bin Florian Fuchs. Vielleicht kennt ihr uns ja, aktuell befinden wir uns gerade in der Leichterkläge Halle, haben Hart für Olympia trainiert. Wir sind beide Hockey-Nationalspieler und Mitglied der Hockeyhauptstadt Hamburg. Normalerweise kennt ihr uns beiden nur als Gegner auf dem Platz, wenn wir mit UAC und HTAC die Derbys austragen. Heute sitzen wir natürlich extra gemeinsam vor der Kamera, weil wir gemeinsam für das Projekt Ecke Schuss Gold, was jetzt im Raum steht, werben wollen. Das ist die erste Hockey-Dokumentation, die stattfinden könnte und wir hoffen, dass wir dieses ermöglichen können. Es ist für Hockey Deutschland eine einmalige Chance, gerade auch die beiden Hockey-Nationalmannschaften auf dem Weg nach Rio zu begleiten und vor allem Deutschland auch einen Einblick zu geben, wie Hockey funktioniert, was für Typen dahinter stehen, wie wir uns vorbereiten und wie hart wir am Ende für den Erfolg ackern. Also lasst uns Hockey Deutschland, Deutschland zeigen, wie toll dieser Sport ist und wie toll diese Hockey-Gemeinschaft in Deutschland ist und ich würde sagen, jede Spende hilft und gebt Gas, dass wir das Ziel noch erreichen.